Musik Hört ihr Leute, habt ihr's vernommen. Die Nacht hat uns den Tag genommen. Die Uhr hat schon zwölf Uhr geschlagen. Also lasst es uns ins Wagen. Jagd nach Geld macht Reichtum Ruhm. Das ist heute euer Zutun. Und deren Taten sind gar ein Dorn. Achtet nun auf den Geisteszorn. Nun trauen wir nach alter Sitt den leeren Sud hier in unserer Mitte. Manch Bräuglein trug ihr euch hinein. Nicht auch alles wird sehr fein. Dass ich noch alles brau, lass ich mir bringen aus dem Blau. Affen, Hürn und Kötenschlein komme nun als erstes frei. Heulen, Blau und Rackenzahn führt euch gar in manchen Wahn. Einen Schwanz und Rabengallen und das Geb aus sieben Gallen. Wolfsrohr und Neukasenbote werden mir hier heute geboten. Wasser aus der Art entnommen, damit auch die letzten Geister kommen. Ha, 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 ha. Feuer, Wasser, Erde, Wind, Geister, Alter, Bein geschwimmt. Entspanntes Wohlstand hier aus. Geister, Wasser, damit ihr kommt, die Mohnensprosse. Feuer, Wasser, Erde, Wind, Geister, Alter, Bein geschwimmt. Lass uns nicht so lange betten. Verscheint hier in unserer Mitte. Als erstes bist du an der Reihe. Den Archgeist ruf ich mir herbei. Aus den Lernen der Arch ist er entschieden. Dort sein Unwesen hat er getrieben. Es soll sich heut auch für ihn lohnen. Nun ruf ich herbei den Nächtsdämonen. Im Schilf des Seelis und Äschten scherzig er auch hier. Und alle Menschen, der dort verbliebt. Von sich ist er zu uns gekommen. Vielleicht habt ihr es schon vernommen. Aus dem Schilf ist er aufgetaucht. Der Wind des Bülsengeist über die Richtung rauf. Auf den Stein ist er gesessen. Gar vom Geisten war er besessen. Mit großen Jammern und Galionen wollen wir jetzt den Jode herholen. In größerem Ort ist er aufgetaucht. Natürlich wird auch er hier getaucht. An der Schüssel ist er daheim. Und Schussengeist kommt zu uns herein. Er lebt oft in Saus und Braus. Doch zur Phase kommt er heraus. Aus dem Weiher ist er entstiegen. Auf die Waffe ist sie geblieben. Auch der nächste Geist kommt aus dem Weiher. Über 200 Fische brachte er mit zur Feier. Am Geerenberg ist er daheim. Er fühlte sich doch gar ein. Den Stein nicht wird er abgelegt. Die Baselteut wird von ihm gelegt. Doch einer darf nun auch nicht fehlen. Die Landarbeiter flugärgern fehlen. Aus dem Bus schauen ist er gekommen. Schauen wir uns, du hast es nun auch vernommen. Zum Guterletzt ruf ich den Jode herbei. Der Hollenbach-Geist ist nun auch mit dabei. Aus Leimau drückt er jetzt zu uns. Aus dem grauen Nebeldunst. Ihr Geister habt mein Ruf vernommen. Ich heiße euch hier nun willkommen. Zu guter Letzt schwört ihr nun den Eid. Ich hoffe, ihr seid schon bereit. Anno Domini, em medias res, ut simente des erikas, vita metes. Lasst uns die Basel nun beginnen. Stets den Trauchtum jedoch im Sinnen. Meine Seele wird dabei befremdet. Und auch da Vampir geschändet. Nun lasst ich euch hinaus in diese Rund zu unserer rechtlichen Geisterstunde. Nun ist die Geisternacht 2020 hier in Aulendorf offiziell eröffnet. Und hier auf der Bühne seht ihr die ganze Geisternachtung. Und wenn wir hier jetzt einfach noch extra aufrufen. Als erstes die Art Geisternachtung überrufen wird. Mit Arufe! 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 Die Echte-Roll sind hier auch. Die Begutung mit Spöselag! 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 Als nächstes die Bühne Geisternachtung mit einem dreifachen Hoppla! 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 Und aus Langemauk mit Schuss und Geisternachtung sowieso! 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 Und auch die haben es mittlerweile hier hergeschaut. Außer über Teuringer mit einer halben Weltreise. Ein dreifaches Teuringer! Teuringer! Hohe! 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 Und die Weisensball und der Weisensball und der Weisensball und der Weisensball und der Heimenschau bei uns mit einem dreifachen. Hu! 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 Und die Weisensball und die Weisensball und Euro und die Weisensball und andere Weisensball und die Weisseenachtung und die Weisensball und iWesensball und Bein ограничiert geisternachtung weisensball Wollebach! 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 Aber wir haben hier nicht nur die Geister hier. Ich habe auch viele Männerfreunde heute einmal zum unser 13. Ehrliches Jubiläum vom Schauerwurz hier einladen. Als erstes aus unserem Verband die Hexen-Kröpfle aus Neukölln mit Hexen! 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 Und natürlich meine Freunde aus Geistbeuren, dass wir uns sehr freut, dass sie heute mit dem Bus herkommen sind mit einem Kreifwagen Kogischinder! Hallo! Kogischinder! Hallo! Kogischinder! Hallo! Kogischinder! Hallo! Und zu guter Letzt auch schon lange meine Freunde und ich war für euch auch mal Mitglied und bin es immer noch Feuerhexen-Auszeuger mit Wollebach! 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 Vielen Dank! Und jetzt heizt uns die Mädchen bis zum Hexen-Programm und bis Sie ein!